Guten Tag und herzlich willkommen hier zurück beim King Battle. Ich bin euer Benni von Wayplay. Und ich bin euer Verdachter von... So ne frische begrüßen euch nicht nur mal raus, aber von Wayplay Community und wir joinen auch schon auf den Server. Können drauf gehen, ja. Und wir haben ja letzte Folge bei mir zumindest den Ansatz einer Höhle gesehen und nochmal hier bisschen... Spack in der Wand bitte. Ja, ich bin erst mal 10 Meter gelaufen und wieder zurückgeportet worden, weil ich nicht gecheckt habe, dass man nicht laufen kann. Wenn ich jetzt sterben würde, weil ich in der Wand gehe, dann würde ich wieder freuen. Tuff, nein, nein. Ich habe einfach nur auf dieses Geräusch gewartet. Das ist eine komische Lava-Quelle. Weil es war da bei stehen gewohnt, mich nach oben zu bauen. Ich bin einfach eine andere Schluchte eingekommen. Sehr gut. Aber ich hole mir noch auf jeden Fall das Gold hier und das ist auf jeden Fall Lava. Ich lasse mich nicht hier verarschen, weil der Stein leuchtet einfach. Nimm auf Reds da mit. Das ist ja auch Level, ne? Ja. Es sind richtig viele Level bei Reds da. Boah, ich bin jetzt echt gespannt, wo die Lava herkommt, wenn ich das hier baue. Ah, okay, das ist... Soll ich Eisen noch mitnehmen? Ja, ne? Eisen ja immer mitnehmen. Wir machen ja daraus noch Rüstung und was hier noch weiterverzaubert. Also ihr könnt ja mit Protection 1, Protection 1 und so weiterverzaubert, wenn wir keine Bücher haben. Boah, dieser Lava bräst überall Eisenchen und ist alles mit. Erstmal in den kleinen Lavasee gucken, den ich hier gefunden habe. Weil der ist mir ein bisschen interessanter. Ey, komm, wie weit geht denn das nach oben? Die könnten ja Dias sein. Und Leute, guck mal auf... Ich weiß jetzt nicht, Fabi, wie soll ich das machen? Soll ich eigentlich das Mod-Projekt auch auf WP hochladen? Ich weiß es nicht. Ja, das müssen wir uns noch anschließen. Ja, es wird auf jeden Fall ein Mod-Projekt auf dem PC starten. Mit so einem Mod-Pack, was ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Es ist schon gestartet, wie ich hoffe. Also, ja, in dem Sinne schon, aber wenn die grad im Stream vorbeischauen... Könnte es sein, dass wir vielleicht... Ne, stopp, da zocken wir das nicht mehr. Muss man... Jentuck-Stream, äh... Nein, Alter, das ist immer noch die gleiche... Ah, ne, stimmt nicht! 24-7. Ach, sorry Leute, wir nehmen das ja grad auch und... Ich hab's grad ein bisschen verwechselt. Die ganze Woche in Streams. Ey, will ich hier unter Berg oder was, ich gehe durch? Ey, bei uns war es so überall. Vielleicht war es auch ein bisschen dumm hoch, aber... keine Ahnung, eigentlich. Ich war einfach immer mega für Redstone. Boah, ich bin auf so richtigem Höhe, wo Tier sein könnten. Und bei Gold, nein, wir haben nicht genug für Goldäpfel. Ah, Spinn. Ich baue auch mal, oh. Ah, ich bin oben Hier muss irgendwas sein, Alter, diese Höhle ist so nice Hier ist es gerade Nacht Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, wo ich herkomme Weißt du, ob man Wenn man das Wenn man Gravel mit dem Dings abbaut Ob man da kein Gravel bekommt Ok, ich bin bei unserer alten Schlucht Auf jeden Fall Bitte, sag nochmal Egal Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, Leute Ist das eh besser Ja, haben wir so mehr Ahnung Ein bisschen als für Creepern, Leute, wenn ich hier Holz abbaue Aber bitte geben sie mir doch mal ein bisschen Dias Vielleicht sollte ich lieber Komm Auf dir sind Baumgänge Ja, Leute, halt King Battle Ist immer so ein bisschen farmen die ganze Zeit Aber Farmen, 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 immer nur farmen Hoffentlich müssen wir bald mal kämpfen Oh Fangen, ob es da weiter geht Deswegen Rieskiere ich mal den Blick Boah, wenn es hinter mir ein Dingsbomb kommt Im Speaker bin ich echt tot Oh, ohne Spaß Soll ich dich töte Soll ich dich töte? Wenn sie das machen, ist ihr Sieg Eine weite Entfernung gerutscht, mein Freund Oh Ah, hat es gedroppt Ich muss sagen, dass die Gegner Die mir am gefährlichsten schienen Tod sind Die erst gestorben sind, weißt du? Ja, nö, nö, die nicht Die haben wir ein Das Finale letztes Jahr war auch richtig kurz Ich hab 10 Holz, das sollte reichen Einmal von genug Metaille Aber es sollte da nicht genug Bäume sind Weißt du, ich hab vergessen, wo ich mich hinter Graben hab, da bin ich Doch, mal die Stuppe sind Ja, da sind genug Bäume, aber Ehrlich, das sollte immer kurz reichen Danach müssen wir eh Farmen, hast du eigentlich viel Gold gefunden? Ich hab jetzt immer, ich hab 25 Gold Ja, gut 4 Apfel machen In der Zeit, wo sie Wenn du sowieso Äpfel suchen musst Muss sowieso Bäume abfällen werden Ja, später, aber ist ja egal Du hast Zuckerbau schon gewachsen Weiß ich nicht Ja, ein paar sind 1 hoch Aber Bindi, du hast zu wenig Verkennung Achso, hab ich voll vergessen Ich unglaublich viel Gold auf dieser Map ist Wir können uns echt, wenn du einige Äpfel besorgst Auch mal hier Schau mal Schau mal eine Kiste da drunter hin Bitte, 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 brenn mich nicht an Oh Und das hier, bitte, 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 bitte Machen sie es nicht, es ist weg Vielleicht ist die Aufnahme schon wieder vorbei und ich hätte es geschafft DIAZ! Wie viele? Warte, weiß ich nicht Ist einfach neben mir gewesen, ich hab einfach eine Ah ne, laber da nicht Ist echt einfach einer in der Luft Egal, besser als keiner Davon ist schon mal eine Brustplatte drin Kann nur nicht sein, dass einfach einer in dir in der Luft ist Ja Ja Richtig, ich hab schon so ne Falle Wenn ich das abbauen und sterbe ich Lalalalalala Okay, Farbe Ja Ich sag's lieber nicht Ja Der Max, Alter Ne Wie schlimmer Na toll, jetzt hab ich nur einen DIA bekommen Z BÄH Boah, ist ja voller Wildwasserfakt Ja, ich muss eigentlich nicht drüber her sein Ja komm, also man kann sich ja nicht drüber ärgern, dass man einen DIAZ gefunden hat Rein theoretisch Ja, das stimmt Bestimmt, dass nur einige, die haben noch gar keinen gefunden Ein Kriper Hört ihn Nein Mein Eisenschwert schwingt und Pam 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 Es explodiert nicht Und der nächste kommt Bisschen mal Action hier, ey Im Wildwasserpark Es explodiert und hat nur einen Block kaputt gemacht Was ist denn da los? Ich will so ein Feieraspekt Schwert haben Weil er hielt Feieraspekt wär schon cool Lass mal im Sumpf Jagd auf Hexen machen Von dem Punkt, ich hab schon coole Tränke Nein, davon kriegt man keine Tränke Doch, von Hexen kriegt man Tränke Wohne Fragst du, man kriegt keine Tränke? Doch Also nicht schnappen Mein Tisch kriegt man von Hexen mal Tränke gedroppt Nein man, man kann nur so scheiße Zucker und so Los und das Ah Oh Gott Ah nein, wo kommen die alle her? Du Ich bin grad gestorben, Fabi Ehh Der glaubt wirklich Egal, ich hab jetzt wenigstens Knochen bekommen Kann man mit Knochen die Sachen da wachsen lassen Ich weiß nicht Ne, Skoro nicht, leider Voll Boah, ich bin grad echt gestorben, unglaublich Schlimmer als Slenderman Aber Pfeile sind gut Weißt warum, der Zombie war nicht so ein normales Zombie Sondern so ein Villager Zombie Aber der doch so... Und in meinen Texture Packs sind die einfach schwarz So angezogen Hehehe It's racist Hehehe Ich hab sie nicht gesehen, weil es dunkel war Aber der ist echt hinter dem Der ist der wieder krach Boah, schon wieder Kaffee Die scheiß Spitzage Ich werde zwar nie wieder zurückfinden Ich habe eine Coin Ich kreere durch Ich kreere durch Holz verschwenden Hä, diese Creeper machen einfach keinen Schaden an die Umgebung Boah, was mache ich hier? Alter, geh durch So Ich hab gleich einfach noch ein Stack Eisen gefarmt Ja, das ist krass Brauchen wir eigentlich gar nicht, glaub ich Doch, brauchen wir Das macht daraus meine Schwerter Ich lees noch mal bisschen Gold Ja, Gold muss ich auch mal im Ofen tun So viel Gold hab ich letztes Jahr nicht bekommen Wenn jetzt ein scheiß Creeper oder so kommt Ich glaub ich geh da nicht an Da ist er auch schon Da bist du, ne? Jaja, du hast gewartet Das Lapis, das hol ich mir lieber doch mal Hat der gecampt im Headglitch? Na ja, tja Komm schon Komm schon Wie heißen die nochmal? Brüder? Brüder Buddies Schon ein Insider von denen, ne? Mit dem Headglitch Headglitch sagen so die ganzen All of Duty YouTuber Spaß Fabi war ein wichtiger Fan von dem, bis der enttäuscht wurde Ah Oko Ich glaub so lange haben wir gar nicht mehr, doch haben wir noch einige Hübchen Iiiiiaaaasss Ja? Ach, ist ja wieder einer Ey, ich schau dir, das ist wieder nur einer Was soll das? Zwei Zwei Ja, drei Hier steht der Tod 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 durch die hier Tod durch die hier Äh, vier, fünf Diamanten Äh, sechs Diamanten Saubers Das wird mich wirklich überrascht Das war so ein richtiger Erstmal denkst du so nein und dann ja Yes Und dann hast du es Ey, ich dachte vielleicht das wäre nur einer Ein Enderman, das wäre doch so toll wenn ich jetzt ein Enderman parallel bekommen würde Das ist toll Aber mach keinen Whisky frisky move Er ist gestorben aber hat nichts gedroppt Ja, wir haben scheinbar eine gute Höhe eigentlich Hab ich das Gefühl Ja, ich glaub ich lass mal mit der Kohleabbau nochmal das Level bringt Aber mittlerweile bringt das nicht mehr so viel deswegen Wie viel Level hast du denn? Um die zwölf oder so Ja, dann mach doch mal was zusammen Da muss ich aber zurückkommen Ach, stimmt, hab ich nur gerade auch gedacht als ich gesehen habe, dass es jetzt Level ab Oh, hier ist irgendwas ganz bei mir in der Nähe Ja, vor allem Eisen ist eigentlich ziemlich cool, das kannst du eigentlich brennen und kriegst nochmal Level raus Wann kannst du? Kannst ja brennen und dann kriegst du ja Bogen? Ach, stimmt Also ne, die stehe Eisen auch mein ich Ich hab nen Bogen bekommen Ob ich so ein Skelett Das ist auch gut, dass sie immer verzaubert Ne, ne, die sind meistens unverzaubert Was ist noch ein Skelett, geben sie mir noch nen Bogen, da kann ich mich vielleicht irgendwann einen vollwertigen draus machen Was? So, ganze Koppel brauch ich nicht Ich hab's einfach wieder alles eingesammelt Wie so ein Profi Ich hab gar kein Lava-Anon mehr im L, gar kein Wasser-Anon mehr im Winter Ich hab das Problem bei mir, ich hab kein Essen mehr Das heißt, ich muss so oder so zurückkommen Na dann mach dann mal jetzt gleich Naja, ich bin so süß Ah, das ist mein Skelett, yes Der hat mich einfach in die Luft getroffen Geben sie mir ihre Pfeile und jetzt geben sie mir ihren Bogen Soll ich auch mal zubekommen dann, eben? Naja, klar Weil die Folge müsse gleich eben da vorbei sein Ja, das stimmt wohl Ich hab leider noch nicht ganz gucken können hier alles Bin ich von da gekommen? Das ist die Fragefrage, wo bin ich hergekommen? Wie ist mein Name? Nein, nein, das ist viel zu weit weg dafür Ich glaub ich bin von irgendwo hier gekommen Oh, Sharp 3 Schwert hab ich schon mal Ich hab's glaub ich gefunden Ich bin schon wieder back Back in Biss Ich hab's Ich hab's schon echt Essen, Alter Ich bin kurz verhungert Bist du back in Biss? Ich soll aber so kurz nächstes verzaubern Sehr sehr Eine Dierbrust wär schon schön Hä Leider hab ich 4 Diers Ich hab 10 Leute, warum machst du so viel? Achso, du hast ja nochmal eine welche gefunden Stimmt ja Boah, die ganze Kacke brauch ich nicht hier Wolle Wolle braucht man nicht, ne? Kann man Wolle zerschneiden? So... Ich weiß es nicht Im Modpack kann man glaub ich irgendwie Wolle machen Ist wieder einiges Wolle Mein Kabel darf noch rund um bleiben Reveller hab ich wieder weggeschmissen Egal Egal Soll ich mal die Team Chests hin? Egal Das ist auch nett Könnt ihr ruhig bei mir bleiben So, da geh ich Dann verzauber ich mal Was soll ich denn verzaubern Das ist die Frage Und das hab ich eigentlich noch verzaubern Ich mach mal ne Schuhe Lafis braucht auch noch Also du hast ja noch gar nichts verzaubert Doch Haben wir eigentlich noch Leder viel? Ja, ich hab noch Leder Ja Ja, gib mal bitte was Kannst du mir Holz geben? So Wird vielleicht doch ein bisschen mehr Ne, wir brauchen das nicht weiter oben Danke Du hast ja 10 mal gesagt Knobbeck Feueraspekt hab ich gefunden Na aber noch nicht Yes! Dann verzaubern nichts Dann farmen die Level dafür Hä? Also ich dachte grad Ich hab's schon gemacht Ja, ist schön Ich hab sogar Smite 1 drauf bekommen Keine Ahnung was das bringt Und das bringt gar nichts Scheiß macht alles so teurer Aber egal Mal was ich so auf Bücher bekommen Aua, Fisch in C Ein paar Schwerter Oh, wir werden gekickt Oh, wir werden gekickt Fast nichts rein tun Nimm alles raus schnell Hast du gehört? Nimm alles raus Ja Ja Ich muss einfach das Teil Das war doch mal wieder Das war doch mal wieder Die chrono bis zumal Ja Aber Fortsprechend ein bisschen Ja, können wir doch machen Einmal eine Haare sogar ein bisschen nach oben Egal Ja, Leute Wir haben auf jeden Fall einige Dias gefunden Diese Folge Und wir haben Holz Wir haben wieder Holz Wir haben wieder Holz Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag noch Und bis zur nächsten Folge Und tschau Tschau Tschau